hallo leute herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge let's play assassin squid black flag und wir sollen einen weg nach havana finden wir haben uns ein wenig verändert wir sind jetzt schick gekleidet ich habe die haare und eine assassin assassin kleidung an kleidung so wo ist hier eine kiste kiste hallo keine ahnung nach fläche unten wahlung sperrgebiet wie jetzt also das ist rot und rot wollen wir nicht ok ja aber eigentlich würde ich das schon hin das ist schwer wie die junge ich verstehe nicht was er mir sagen möchte ja ob das so richtig werden die kaufnahme fragen ja guck anpirschen ja im anpirschen bin ich gut ihr werdet schon sehen eigentlich will ich mir den hier an pfeifen aber irgendwie nein die gute stufe mein freund hallo wie kann ich nicht wie schleiche ich noch naja ich komme vor wie ein krokodil ich bin so ein guter artentäter die merken gar nicht dass ein kollege von ihnen weg ist der nächste herr dieselbe dame naja erst erbeuten so jetzt pfeifen und singen den chef da noch mal ran komm komm jetzt naja komm dann haue ich dich halt ja irgendwann müssen wir noch mal jemanden außen mit hauen mit mal k ja ja Das muss jetzt unter uns bleiben. Ich weiß ja, wir haben auch eine Frage, dass der reistigen König was schützt. Das wird das üblich Havanna erreichen. Ach, das würde ich gern, Sir. Havanna ist auch das Ziel meiner Reise. Ihr habt mir selten, Sie ganz schön viel verwöhnt. Ach, ihr habt mich beruhigt, Sir. Dabei nehme ich euch erst für einen Piraten, als ich euch sah. Ach, was? Ja, ihr habt einige unkonventionelle Verhaltensweisen. Schnell und leicht, wenn ich das sagen darf. Das hat mich geschreckt. Har! So. Guck mal hier. Was denn? Eine Schatzkarte. Finden Sie Staatskarten bei den Leichen verstorbener Entdecker. Die Garten führen Sie zu einem bestimmten Ort auf einer Insel. Wenn Sie dort graben, können Sie Geld oder Pläne finden, um Ihr Schiff aufzurüsten. Benutzen Sie ÖÖ um die Garten auswählen und drücken Sie Ö um sie zu öffnen. Und dann können Sie richtig machen. Aber bitte, bleib, 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 bleib. Nee, dass da das Schiff aber schon im Hafen war, ist aber ungewöhnlich. Das heißt, wenn ich mich nicht irre... Jetzt pass mal auf. Wäre das... Komm, lauf! All in the morning! Ergibt ja auch Sinn, ne? In so einer Höhle. Aha! Komm! Oh, ich bin so ein guter Pirat. Das Ruder des Schiffs erreichen. Ja, weiß ich noch gar nicht. Weil wegen... Was denn? Ah, Ausgrabungsleiter. Ja. Ja, es gibt ja hier noch viel zu tun, oder? Oder meinst du nicht? Guck mal, hier da zum Beispiel soll ja irgendwas noch sein. Ich weiß noch nicht was. Ach, das ist hier das Zeichen für... Das Verstecki-Dinge, glaube ich, oder? Aber das haben wir doch auch hier auf der anderen Seite. Und da ist es nicht markiert. Ach, herrje. Ach, herrje. Was ist das hier eigentlich? Nein! Oh, mein Gott, Geld werfen. Ah, mhm. Nein. Das wollen wir natürlich nicht. Hallo, Schildküter! Hallo! Hallo! Okay, ich kann hier Schildkröten nicht schnetzeln. Wollten wir natürlich auch gar nicht. Erbeuten. Erbeuten ist immer gut. Das war auch gar nicht unser Ziel. Was ist das hier? Nix. Ich verstehe. Nicht. Ja! Macht man jetzt hier noch was, oder erreicht man das Ruder des Schiffes? Naja. Falschmusik, sagt ihr? Das glaube ich auch. Ah. Wahrscheinlich hier, nicht wahr? Ja. So, heiho! Heiho! Lalalalalalalalalalalalalalalala. Deckung halten. Achso. Ja. Ich wusste ja nicht, ob ihr es wusstet, aber ich bin ein ausgezeichneter Segler. Oh oh. Und Vollgas. Ja, ja, doch. Man kann es glaube ich erkennen, ne? Wollen wir da durch dieses Gichtwasser, oder wollen wir außen? Nee. Ich glaube, dass... Oh ja, nee. Das ist ein Strand sogar. Das wäre... Blöd geworden. Ich glaube, das ist ein bisschen wie Dirt Rally, ne? Das solltet ihr euch übrigens auch mal anschauen. Richtig cooles Spiel in der Early Access-Phase. Eigentlich solltet ihr euch alles anschauen. Alles? Ja. Aber warum? Warum nicht? Stellt euch die Frage, warum nicht? Und Vollgas voraus Richtung Havanna. Allo, ei, 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 ei. Hey, Kollege. Ein Wahld. War das nicht schön? Cool gemacht. Coole Sache. So. 1A gesegelt. Richtig. Also Ruder. Also. Schockschwere Not. Aha. Wer sagt das denn? Schockschwere Not. Das ist bei South Park, oder? Das heißt nicht Batters? Oh je. Ja, ich würde mal sagen, wir haben... Oh, was ist eine schöne Insel? Also da weiß ich ja nicht, warum er da unbedingt weg wollte. Und jetzt passiert das, was immer passiert. Helden werden nicht geboren. Boah, hier Uplay und Erinnerungssequenz 1 und drücken sie um ihn. Ach nee. ganz ruhig. Ich höre eine französische Dummy. Oh. 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 Tja, die Palli sehen Sie das? Sehen wir mal, ob ihr vorstellt, noch nicht spät. Hä? Hä? Bewegen Sie den Kopf und sehen, wie ich in der Wünsche ablässchen. Hä? Nach oben. Ja. Danke. Bitte. Bitte. So weit ist es gut. Stehen wir auf? Ah oui. Ich stehe auf. Danke. Ey, Kollege. Ja, Freunde. Jetzt sehen wir, dass wir in einer Forschungsanstalt mal wieder sind. Und wie es da weitergeht. Ich möchte nicht zu viel verraten, weil ich es gar nicht weiß. Aber das wird elitär. In dem Sinne, macht's gut. Ciao.